Ich bin Katrin Angerer und spiele in der Soko Hamburg die Maria Gundlach, Ermittlerin Maria Gundlach. Maria arbeitet zum einen im Büro und ermittelt vor allen Dingen über das Internet. Und auch in den, ja, sie recherchiert viel, also telefoniert, recherchiert, organisiert. Also sie machte alles letztendlich, ja, vom Schreibtisch aus und war früher aber also auch im Außendienst tätig, hat zwei Kinder und hat sich jetzt für die etwas ruhigere Variante entschieden. Sie arbeitet mit Cem, der ein kleiner Nerd ist und, ja, und ihr dabei hilft und sie weitreichend unterstützt. Keine hektische Person, also eher eigentlich ruhig und wenn alle etwas nervös werden, dann bleibt Maria ruhig und, ja, sie kann gut organisieren und ist schnell.